Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem offiziellen YouTube-Kanal von kalsportal.eu. Kalsportal.eu versteht sich zwar primär als ein Blog über Gaming, Filmen und Serien, Musik oder andere Themen, allerdings versteckt sich hier noch eine größere Bandbreite an Content. Generell versuche ich, eine Vielzahl an Content sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form zu liefern. Darüber hinaus versteht sich zum Beispiel Streams oder spätere Mitschnitte hier auf genau diesem Kanal. Darüber hinaus besitze ich ein eigenes Podcast-Format, leider nur in deutscher Sprache genannt Tobi Quasselt. Falls ihr diesen Content mögt, so abonniert doch gerne diesen Kanal, liked die Videos, besucht den Stream www.twitch.tv kalsportal.eu und besucht doch einfach mal kalsportal.eu. Ich freue mich auf jeden Fall riesig und danke im Voraus. Tobi